So, liebe Freunde, da sind wir doch an irgendeinem Ort, den ich schon kenne. Das sieht doch gut aus. Ja, 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 ja. Wir sind wieder Richtung Spawn unterwegs. Ach, da ist übrigens auch MyNameSpine. Das ist genau der Brian, von dem ich von erzählt habe. Ja, der liebe nach Done123 war das, glaube ich, der uns gekillt hat, ne? In, naja, der letzten Folge kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war, aber es war auf jeden Fall vor dem Cut. Sagen wir es mal so. Und, ja, GG an der Stelle. Hat er uns ganz schön weggeschnitzelt. So, das total ignoriere ich mal. Wir wollen mal wirklich genau bei 0,0 rauskommen. Ich bin jetzt wieder den ganzen Weg gelaufen. Und, boah, jetzt sind wir hier. Und gehen wieder Richtung Spawn. Beziehungsweise gehen wir gerade überhaupt noch Richtung Spawn? Ich bin mir gar nicht so sicher. Achso, wir sind ja, wir sind ja jetzt gar nicht auf der... Na ja, gut, hier ist ein Portal, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Hier bin ich, glaube ich, noch nie durchgegangen. Durch das Portal. Ich lasse mal die Koordinaten an, dann können wir mal gucken, wo wir jetzt genau sind. Hier sind wir jetzt. 2000 Blöcke weg. Alter, Faller. Was ist das für ein Anwesen? What the hell? Sieht nice aus. Das sieht in der Tat nice aus. Da hinten ist schon das nächste Ding. Es sah nice aus. Sagen wir es so. Ach, auch hier wurde zugeschlagen, wie es aussieht. Auch hier wurde kräftig reingegrieft. Ah, es ist bitter. Schade, schade, schade. Das ist mir irgendwie grief, ne? Das ist hier... Ja, es sind halt Anarchies, aber... Da hinten ist ein Dorf. Gehen wir mal da vorne hin. Zu dieser Steinsäule. Ich denke mal, wo die ist, da wird ja auch noch mehr sein, oder? Oder ist das einfach nur zur Orientierung? Ah, offenbar letzteres. Na gut. Was haben wir da hinten? Noch ein Dorf? Nee, oder? Ja, gucken wir mal, ne? Schauen wir doch einfach mal rein. Da gehen wir eventuell durch das Portal einfach wieder zurück. Da ist tatsächlich noch ein Dorf. Was denn das? Da vorne ein Dorf, hier ein Dorf. Was sind hier los? Wann hier die Grundstückpreise niedrig, oder wie? Offenbar waren sie das. Und ich verstehe auch warum, weil hier ist direkt ein Portal. Das hat mit Sicherheit nicht gut getan. So. Ach Mann, ey. Jetzt kann ich mich hier nicht teleportieren, weil die... Assos nerven. Immerhin sind gerade die Phantome nicht am Start. Man muss ja auch mal positiv denken. Ach, jetzt sind glaube ich die zwei Viecher... Die sind jetzt ernsthaft die Viecher durch das Portal gegangen? Ja, es sieht so aus, ne? Dann wäre es jetzt wahrscheinlich Selbstmord, wenn ich jetzt durch das Portal laufen würde, oder? Es ist tatsächlich nur noch der eine hier da. Plopp. Der ist auch weg. So kann man natürlich Monster auch relativ gut beseitigen. Das ist übrigens mein nächster Tipp, wie ihr Phantome loswerdet. Einfach in den Neter schicken damit. Ich... Weiß nicht warum, aber ich gehe da jetzt mal durch, ja? Ich habe sehr Angst, dass ich gleich einfach tot bin. Oh, 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 okay, ab geht's. Ciao, ich bin raus. Heide. Oh, das war knapp. Oh, der kann da rüber gehen. Ah, Hilfe. 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 Hilfe, nein, das ist keine gute Idee. Oh, oh. Alter Vater, ey. Gut, dass diese Zombie-Kinder nicht sprinten können. Aber ich müsste mal was essen. Meinte, er verfolgt mich noch? Dummer Seetang, ey. Alter Vater. Das war vielleicht keine gute Idee, die da alle reinzulocken und dann durchzugehen. Oh, jetzt bin ich wach. Okay, ähm, gibt's vielleicht noch ein Alternativ-Portal. Das Ding ist ja, ich war ja eh zu weit weg, ne? Ich war ja eh zu weit weg. Das Gute ist ja, Mobs werden ja auch direkt durchs Portal geschleust, ne? Also der Spieler, der muss ja mehrere Sekunden da drin stehen bleiben, bis man da mal teleportiert wird. Ich müsste vielleicht mal... Komm, wir versuchen mal nach da oben zu kommen. Komm, wir versuchen das jetzt mal. Wir versuchen mal in die Main Hall zu kommen. Die ist ja doch einige Blöcke weiter oben. Weil da gibt's ja auch einige Portale. Und vielleicht auch wieder nette Spiele, die mir irgendwelche Gold... Äh, nette Spiele... Die mir irgendwelche Goldsachen schenken. Jetzt hab ich ja wieder keine Rüstung an, nur nix. Und sind die vielleicht ein bisschen freundlicher zu mir. Gucken wir mal. So, hier kann ja keine Lava sein eigentlich. Weil, das ist ja alles mit Holzbattern gebaut. Die wären ja dann eigentlich verbrannt, oder? Gut, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier irgendwo ein Loch sehe... Und dann läuft Lava runter. Ja, dann viel Spaß. Dann viel Spaß. So. Ja, okay. Ich glaube, wir sind jetzt richtig, ne? Ups. Wir sind richtig. Da vorne ist doch gerade jemand die Leiter hoch, oder? Ach, ist das das... Ach, kommt man hier auf die Netterdecke? Ich hab auf Discord davor gelesen. Fernans Rock. Ist ja interessant. Okay, der ist mir immer ein freundlich gesinnt. And useless, ne? Super. Aha! Die Netterdecke also. Dann sind wir also auch hier. Mal eine Datei geschrieben. Aha. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Aha. Okay. Die Netterdecke, meine Freunde. Things have changed. Strider. September 2019. Dann machen wir doch hier auch mal ein Schildschild. Beziehungsweise Kraft mir gleich mehrere. Das nehme ich wieder mit. Nö, das nicht. Ach ja, interessant. Ich hab davon gehört, dass man hier drauf kommt. Okay. Heute ist der 25.9.2019. Toll, ne? Toll, toll, toll. So, hier oben müsste eigentlich auch die Koordinaten noch gelten, ja. Ich guck mich hier mal ein bisschen um. Ich bin mir sicher, hier hat der eine oder andere schon was Lustiges gebastelt. Zum Beispiel hier so einen Weg. Da hinten seh ich doch schon Structures. Ich weiß halt nicht. Ja gut, das ist nicht wirklich ein Structure, aber okay. Ich weiß halt nicht, wie es ist. Ich weiß, dass bei anderen Servern dieser Art, dass hier ganz gerne mal die Netterdecke irgendwann gebannt wurde. In dem Sinne. Ich weiß halt nicht, wie das hier ist, ne? Guck mal, da steht Fug. Was auch immer das heißen soll. Was soll das Fug heißen? Ich denke schon, ne? So, was steht hier? Lol, nothing here. I got pranked too. At least a great Fug. Better than nothing. Fritten Friseur. 0, 9, 19. Das passt natürlich nicht mehr hin. Naja. Toll. Was meint ihr, wenn ich jetzt hier weitergehe? Na, ist ja auch nichts, ne? Okay. Irgendwas sollte hier oben gebaut werden. Ich weiß es leider nicht mal, was da in Discord geschrieben wurde. Aber hier soll wohl irgendein großes Projekt am Machen sein oder so. Oh, ich weiß es leider nicht mehr. Irgendwas wurde gesagt mit der, oder ging es da um den, ne? Ich glaube, da ging es um den Neta Highway, nicht um das hier oben. Oder sollte der Neta Highway nach hier oben verlegt werden? Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Um ehrlich zu sein. Naja, gut. Aber waren wir hier auch mal? Da müsste ich dann mal privat, wenn ich mal wieder spiele ohne Aufnahme, müsste ich mir das Ganze mal anschauen. Und es sieht so cool aus, wenn hier so die Dinge aus dem Nebel herauskommen. Sehr, sehr cool. Ich weiß nur nicht genau, was das hier soll. Also warum ist das so eine Sanduhr? Gibt es da oben drin vielleicht noch was? Wir gucken mal ganz kurz. Ich baue das ja dann auch wieder zusammen. Nö. Soll wohl einfach nur cool aussehen. Naja gut, das hat ja geklappt. So, hier wächst Gras über die Sache. Und hier sind Fackeln. Aber wohin? Sollen wir da mal nachschauen? Wir gucken mal. Hm. Ne. Kein Bock wieder geprankt zu werden. Ich muss mir jetzt mal hier in Ruhe ansehen, was hier alles gebaut wurde und was nicht. Keine Ahnung, was das hier alles soll. Aber gut. Schön. Wisst ihr was? Ich steuere was dazu bei, Leute. Hier. Crafting Table geht auf mich. Und. Tschüss. Ach, hier steht ja schon einer. Na gut. Trotzdem. Ich nehme da jetzt nicht mehr mit. Alles klar. Dann gehen wir einmal durch dieses Portal. Und dann müssten wir wieder beim Spawn rauskommen, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das ist. Ja, ungefähr Spawnregion, ne? Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind da, wo wir vorhin eigentlich ursprünglich, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Also wo wir vor ein paar Folgen wahrscheinlich jetzt hinwollten, aber nicht hin konnten, weil uns die ganzen Phantome genervt haben. Äh, warte mal, wir gehen mal hier woanders lang. Äh, wo gehen wir denn lang? Wo gehen wir denn lang? Jetzt mal im Ernst. Meine Güte. Ja, komm, ey. Jump'n'Run-Skills sind da. Auf jeden Fall. So, warte mal. Ähm, wie waren das? Ist das das, wo ich rauf wollte? Nee, ich wollte da drüben rauf, ne? Oder? Oder, oder, oder? Ich glaube, ich wollte da drüben rauf. Oder? Ich hoffe, das baut sich jetzt noch auf. Aber ich glaube, ja doch, doch, das ist, ja, das ist genau das. Genau hier wollte ich hoch. Genau hier, wo dieses komische Zeichen ist. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal kaputt. Mist. Anarchie-Server heißt ja auch immer, dass man hier Sachen kaputt macht. So. Was kann man daraus mal machen? Okay. So, machen wir mal hier sowas. Äh, wie nennt man eine Note? Great, ne? Ne? So. Und der Erbauer des vorherigen Kunstwerks wird sich bestimmt darüber freuen. Da ich da jetzt einfach mal eine 6 draus gemacht hab. So, fertig. Ne? So einfach geht man damit um. Aua. So, dann steppen wir hier einmal hinauf, solange es noch Tag ist. Und schauen uns das Gebilde hier mal von oben an. Na, das ist gut. Das kommt weg. So. Ah, ich glaube, es ist auch nicht mehr allzu lange Tag. Also, da tut mir gut daran, da jetzt hoch zu gehen. Oh, ich hätte so Lust, überall ein Häuschen hinzusetzen. Nichts aufwendiges. Aber einfach, um diese ganze Surrealität hier von dem Server noch surrealer zu gestalten. Einfach überall ein Haus draufzusetzen. So, hier oben ein Haus zum Beispiel. So, dass sich jeder denkt, so, what the fuck? Wer macht sowas? Alter, ich meine, guckt euch den Spawn an. Was ist hier los? Was ist los mit den Leuten? Aber Hauptsache überall Neta-Portale. Aber es sieht bei weitem nicht so schlimm aus wie bei 2b2t. Von daher können wir uns, denke ich mal, glücklich schätzen. So. Ja, wir können uns ja hier als, äh, I forgot. Head to head, head to sun, okay. Keine Ahnung, was das heißen soll. Da oben hat jemand ein Lagerfeuer hingemacht. Ist natürlich auch ein sehr romantischer Ort für ein Lagerfeuer. Got any Stakes on you? Aha. Gut. Fritten, Fräse, Wars, hier, 25.09.2019. Wisst ihr, auch immer, wann ich aufgenommen habe, wenn ich diese Schilder platziere. Hm. Boah, alter Vater, ey. Haua. Heiß. Ich kann ja nicht mal richtig runtergucken. Guck, wie klein die Welt ist. Alter Schwede, ey. Krank. Einfach nur krank. Notch Apples. Gut. Ähm, da jetzt so langsam die Nacht hereinbricht, ich würde sagen, alter, ruckel, ruckel. Ich würde sagen, wir machen mal wieder den Geronimo. Geronimo! Oh, diesmal haben wir eh Level 0, also, selbst wenn es nicht geklappt hätte, wäre es ja nicht so schlimm. Krank. Warum baut man sowas? Ich verstehe es bis heute nicht, aber ist okay. Ist ja okay, ne? Ist ja okay. Gut. Ich würde jetzt mal einen Vorschlag machen, liebe Leute. Ähm, ich würde sagen, ich bleibe jetzt tatsächlich mal ein bisschen hier. In der Nähe des Spawns. Und werde mich mal so ein bisschen darum kümmern. Ähm. Mal rundherum, ja. Mal wirklich rundherum, um den Spawn mal sowas eine oder andere, ähm, zu entdecken. Vielleicht hat hier doch der eine oder andere irgendwas reingebaut oder irgendwelche Häuser irgendwo erschaffen. Und erstmal schauen wir uns das da vorne noch an. War das interessant. Ähm, genau. Und das schauen wir uns dann alles an. Erstmal leuchte ich hier ein bisschen Spawn aus. Einfach, es geht. So, plopp. Ähm, und dann das nächste Mal habe ich vielleicht schon das eine oder andere Gebäude oder das eine oder andere Ding, was ich euch zeigen kann. Ich meine, wir hatten ja hier schon, ah, das ist leider schon aufgesprengt worden, wie es aussieht. Wir hatten ja durchaus schon das eine oder andere Gebäude, das sehr interessant war. Ich erinnere da gerne an dieses komische runde Gebäude. Was so ein bisschen erinnere, was so ein bisschen erinnert hat an so ein liegendes Fass einfach. Auch das hier ist sehr interessant. Ich meine, wer baut sowas direkt an Spawn? Keine Ahnung. Ich war es nicht. So viel weiß ich. Aber, aber mehr auch nicht. Auf der anderen Seite, das ist ein Anarki-Server. Stell keine Fragen. Und dann ist eGamery online und schreibt Sebastian. WTF. Das ist unerwartet. Wie kommt denn die hier her? Alter, Vater, ey. Ich glaube, es hackt. Äh, okay. Das ist jetzt in der Tat unerwartet. Naja, gut. Auf jeden Fall, das ist der Plan. Äh, ups. Ja, genau. Ich baue mich jetzt einfach mal hostprofessionell hier ein. Und da vorne gibt es wieder Arbeit zu tun. Und, äh, werde jetzt natürlich hier alle Nazi-Symbole wegmachen. Einfach weil, ne, weil wir es können. So. Ja, ich bin der Verfassungsschutz des Servers. Ich komme hier nicht raus. Ja, das ist, äh, eine dumme Sache. So. Äh, äh, wie wäre es mit nein? So. Au. Och, Mann, ich bin so ein guter Spieler. Na gut, das eine Hakenkreuz bleibt jetzt leider bestehen. Okay. Ähm, gut. Ich würde sagen, ich leiste jetzt hier mal irgendwie Einstiegshilfe für E-Gamery, die aus irgendwelchen Gründen auf diesem Kack-Server gelandet ist. Finde ich lustig, dass tatsächlich jemand den Weg auf sich genommen hat. Es haben ja ein paar angekündigt. Okay, Vapidro hat es auch gemacht. Vapidro Ehrenmann, ne, wenn du das hier siehst. Definitiv. Kann man nichts dagegen sagen. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von dieser Folge. Wie gesagt, ich gucke mich mal ein bisschen um. Vielleicht kann ich ja in der nächsten Folge schon das Gebäude von E-Gamery präsentieren. Natürlich verrate ich dann auf jeden Fall die Koordinaten, damit ihr es euch auch anschauen könnt. Nein, Spaß. Wäre ich natürlich nicht tun. Allgemein auch, wenn du, du Zuschauer, vielleicht hier auch auf dem Server spielst und bereits schon was Schönes gebaut hast. Dann kannst du mir das natürlich gerne sagen, wenn du möchtest. Also ich würde da auch tatsächlich, und das ist jetzt, ich denke mal jeder, der mich kennt hier auf YouTube, der weiß das auch. Ähm, wenn jemand hier schon was gebaut hat und mir die Erlaubnis gibt, ja, dass ich das mal im Let's Play zeigen darf. Dann würde ich das natürlich mit Freuden tun. Alter. Und auf der anderen Seite, ähm, würde ich natürlich niemals die Koordinaten davon veröffentlichen oder, ähm, weitergeben oder die Base grieven oder sonst was. Da kann ich euch natürlich hier an der Stelle nur mein Ehrenwort geben, aber ich denke mal, jeder, der mich auch nur ein bisschen kennt hier auf YouTube nach all den Jahren, der weiß, dass es so ist und dass ich da definitiv keine linken Aktionen in irgendeiner Form machen würde. Also, ich denke mal, das wisst ihr auch, wenn es ein Anarchie-Server ist, auch wenn es keine Strafen gibt, aber nur, weil es keine Strafen gibt, heißt das ja nicht, dass man sich, äh, verhalten muss wie der Letzte. Ah, so, sag ich mal, ne? Von daher, so viel dazu. So, so, ich kletter jetzt nochmal hier hoch. Habe ich nochmal's geschrieben? Äh, ich hab's, wo bist du? Ich bin am Spawn gerade. Und du? So. Hier ist ein Crafting-Table. Ja. Das, äh, hilft immer, einen zu haben. So, 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 so. War hier nicht ein Obsidian-Gebäude? Das hat zumindest... Doch, da ist ein Obsidian-Gebäude. Warum ist hier ein Obsidian-Gebäude? Und warum geht's jetzt hier nicht weiter? What retard. Achso, das ist nicht sie. Ich dachte schon, äh, was? So. You lie to me. Swagato was here. Wonder what happened. Mist, ich hab jetzt keine richtige Spitzhacke dafür. Aber egal. Ich glaub, das ist jetzt mit der Eisenspitzhacke. Ah, schnarch. Immerhin keine Phantome. Da war der Tod doch für was gut. Schnarch. Ich möchte jetzt hier noch reingucken. Das ist halt schon wieder Minecraft, die Seuche, ne? Ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde oder sowas die Folge beenden. Oh, ist ja schon durchgebrochen. Toll. Und das ist nicht wahr. Naja, super. Und dann ist da einfach Erde. Ja, gut. Fritt... Ähm. Nein? Nein? Wie wär's mit nein? Frittenfräse. Was hier? 25. 9. 2019. But why? Okay. Kann ich jetzt hier noch einen spektakulären Sprung machen? Oh, das ist mir zu gefährlich. Na. Doch, wir machen das, oder? Zur Not sterbe ich halt. Habe ich irgendwas Tolles dabei? Na ja, 32 Holz. Kriegen wir schnell wieder. Komm. Oh. Glück gehabt. Nicht mehr und nicht weniger als ein Haufen Glück. Aber das erkenne ich wieder. Hier waren wir schon mal. Ganz am Anfang. Zweite Folge, dritte Folge. Irgendwie sowas. Da waren wir hier schon mal. Und da habe ich gedacht, dass hier die... Rither gespawnt worden wären. Naja, gut. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge mit dabei. Wenn wir hier Minecraft spielen. Auf dem Vanilla... Simply Vanilla Server. Auf dem jetzt offenbar auch E-Gamerie spielt. Was echt unerwartet war. Und... Ja. Mal gucken, wer noch so alles kommt. Vapito ist schon drauf. E-Gamerie ist jetzt auch drauf. Und auch er ist drauf. Der böse Pillager. Insofern, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Euer Fritte. Macht's gut. Und... Pf藤...